Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Informationen zum Sonntag. Erstens, Communityabend findet nächste Woche nicht statt, denn ich muss da auch schon wieder voll fett arbeiten. Deswegen wird die kommende Woche noch kein Communityabend stattfinden, aber die Woche drauf. Dann, und zwar, Montag oder Dienstag, also 16. oder 17. Februar. Jetzt geht diese verkackte Lampe aus, nein. Glühbirne hin, egal. Wahrscheinlich Dienstag von 18 bis 19 Uhr wird gezockt, mit aufgenommen und alle im Teamspeak. Und von 19 bis 20 Uhr, wenn ich dann noch Zeit habe, wenn ihr noch Lust habt, wenn wir alle noch Lust haben, tocken wir einfach noch ein Stündchen weiter oder sowas. Die folgende Spiele stehen zur Auswahl. Entweder Garry's Mod oder CSGO oder GTA 5 Online auf der Xbox One. Die anderen beiden Spiele waren beide für den PC. Nächste Woche Sonntag sage ich euch dann nochmal das genaue Datum und die genaue Uhrzeit und nochmal die Teamspeak IP. Bis dahin könnt ihr euch auch entscheiden, was ihr spielen wollt. Ich stimme einfach mal für GTA. Meine Stimme würde nur zählen, wenn ihr euch nicht einig werdet. Zweitens, ultra cool, wie ihr in der Facebook-Gruppe eskaliert. Es sind jetzt 900 Mitglieder, 920 oder so. Jeden Tag kommen 5 oder 10 neue, die in die Gruppe rein wollen. Das ist doch wirklich fantastisch, meine Damen und Herren. Ich gucke auch immer rein. Wundert euch nicht, ich gebe auf alles, außer wenn es wirklich, wenn es Spam ist oder sowas, gebe ich überall einen Daumen hoch. Vor allem, wenn ich wenig Zeit habe. Da gucke ich auch nicht wirklich rein. Ich gebe einfach überall einen Daumen hoch, aus Prinzip. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich mir die Sachen noch angucke, natürlich. Drittes Thema, euch gefällt anscheinend GTA. Ich überlegen, ob ich GTA tatsächlich einfach öfter bringen sollte. Da geht einem der Stoff auch nie aus. Ich werde jetzt auch bald dann mit Online, also auch Online-Aufnahmen machen. GTA Online-Aufnahmen alleine. Den Dumberblack haben. Und da geht schon einiges. Vielleicht mache ich das öfter. Also dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß, die Informationsdinger sind immer voll langweilig. Was soll ich machen? Aha, aha. So, das waren ein paar behinderte Gesichter für euch. Also dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum Glück, Stimmung. Und Mensch, macht es doch jetzt mal gut oder besser. Das sind die Stickerlins, die Stickerlins. Guck mal, wie es abgeht. Die Ponga. Oh Gott, habe ich... Ah, das Antizittern war nicht an. Guck mal jetzt. Oh, wie geschmeidig. Guck mal, wie es abgeht, die Scheiße. Egal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.